Musik 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 Okay Leute, da sind wir wieder zurück in Kingdom Hearts. Ich hab jetzt eigentlich recht gut trainiert, muss ich sagen. Vor allem hab ich ein paar seltene Herzlose gefarmt und so, da kommen wir aber auch irgendwann mal wieder drauf zurück, denn das mach ich irgendwie vielleicht am Abschluss eine Runde seltenen Farben und so. Ähm, eine Sache, die mir hier jetzt extrem aufgefallen ist... Nein, 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 geh nicht runter! Okay. Ich hab den Weg gefunden, wie wir hinkommen und ich hab auch das hier gefunden, ich will da mal rauf gehen. Ach krass, da geht's hoch. Untergrundkanal und was ist hier? Ähm... Ich glaub aktuell vielleicht noch gar nix. Scheint ja, sieht ein bisschen aus wie von Tron jetzt. Naja, jedenfalls, wir gehen jetzt hoch zum Drachen und haut der jetzt mal richtig auf die Mütze. Achja. Und leider müssen wir uns noch mal nach oben durchkämpfen, weil ich mich verkalkuliert hab. Man kann sich nicht nach oben... nach oben, äh... teleportieren. Heißt, wir mussten in der Bibliothek anfangen und damit begeben wir uns jetzt erstmal wieder hoch. Ich weiß nur, wir haben den Teleporter hier nicht genutzt gehabt. Also die Lift, deswegen wollte ich ihn diesmal versuchen, so. Naja, oder auch nix. Das sieht genauso aus wie hier. Und kaputt. Nach oben? Geht's jetzt nach oben? Ach, nice. Okay. Aha. Ich bin also noch nicht ganz durch mit dem... mit dem Burg, wie ihr seht. Ähm, ich muss noch mal kurz umdisponieren. Wir brauchen hierfür... Vitra. Hehehe, fast was Falsches gesagt. Einfach so, keine Ahnung. Ähm, zack. Na? Gav... Gravitra... Ah, Entschuldigung. Nicht, äh, Vitra. Ah, mach auf. Ah, nice. Jetzt hab ich fünf. Die braucht ich. Zum Schmieden. So. Jetzt aber. Nun wären wir hier. Ach, Mist. Wir müssen echt kämpfen. Wuuuuh. Moment, 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 Moment. Auf Zug. Denn ich war noch nie hier drüben. Wie ihr euch erinnert. Entschuldigung. Jetzt hab ich natürlich... Das Problem... Ah... Dass ich natürlich gleich nochmal den ganzen Weg gehen muss. Oder? Ein Haskagummi? Ist hier irgendwas? Also irgendwas Interessantes, meine ich. Naja, Gott sei Dank können wir ein bisschen schweben. Gleiten. Ah, nice. Okay, da noch ein Arikalkon. So, ich hab dann an der Stelle mal gecuttet, damit wir hier schnell hinkommen. Jetzt ist die gute Frage, was machen wir? Ähm... Ich werde jetzt das erste Mal in der Zeit jetzt einen Boss vielleicht mit dem Biest bekämpfen. Denn das ist generell... Ein Biest ist sehr stark, muss man sagen. Donald ist unser Heiler. Kann man den irgendwie noch umbestellen, dass der generell heilt? Äh, Defensiv. Magie. Selten. Normale Angriffe. Abwehrmagie. Spezialmagie. Ähm... Genau. So, LP-Items. MP-Items. Hm... Okay... Wird schon gehen. Wir versuchen jetzt jetzt mal die Folgen. So, mal schauen. Okay. Gehen wir rein, gehen wir los. Das können wir überspringen, das kennen wir ja jetzt schon aus der letzten Folge. Wer nicht, bitte einmal zurückspulen auf die andere. Also, eine Folge zurückschauen. Und los geht der Spaß. Achja, Entschuldigung. So, als allererstes einmal hoch. Und was wir jetzt machen, ist wir beschwören Naseweiß, denn sie heilt uns. Und damit haben wir jetzt unseren ersten Aufruf geholt. So. So. Dann wollen wir mal. Ich glaube, das wird ganz schön... Aua. Schwierig werden. Alle heilen mich, was? So. Dann wollen wir mal. Ich glaube, das wird ganz schön... So. Ach, ich hasse das Feuer. Ha, hat nicht viel gebracht, dass wir oben auf den Kopf klettern konnten. Ein Vorteil von Naseweiß auch noch ist, dass wenn wir drauf gehen sollten, sind wir nicht sofort tot. Ich sollte es jetzt nicht untertreiben. Verdammt. Ah. Verdammt. Ich will mich heilen. Okay, jetzt wären wir drauf gegangen. Verdammt. 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 Ach, verdammt, wenn sie die Drehung macht, übel. Komm schon, nicht mehr lang. Oh yeah, wir haben es geschafft. Und hüpf. How ironic. Sie war nur noch ein Puppet, nach allem. Was? Die Heartlessen haben die Maleficent aus dem Beginn. Sie hat es geschafft, dass die Dunkelheit in ihrem Herzen von ihr ausmacht. Ein fütter Ende für so eine Fülle. Ach doch, wir können speichern gehen, sehr schön. So, ihr werdet euch jetzt sicher wundern, ich habe an dieser Stelle nochmal einen Cut gemacht. Und zwar, weil ich A, trainiert habe. Also sprich, ich habe nochmal ordentlich Gas gegeben, ein wenig gelevelt. Das Level ist mittlerweile auf. Wo sehe ich das Status? Ach da, Stufe 48, einfach aus dem Grund, weil der folgende Kampf doch etwas schwieriger war. Und dummerweise habe ich auch noch irgendwie vergessen, den Ton aufzunehmen. Also von daher musste ich sowieso nochmal einen Cut machen. Ähm, ja, ich habe auch, und das sage ich euch gleich, die Arena von Herkules noch ein bisschen weiter gemacht. Denn, da ist nichts mehr Interessantes passiert, letzten Endes. Ich habe es nochmal voll gemacht, damit wir die Triotech bekommen. Und, ähm, habe zeitgleich die Waffe Heroes erhalten. Ja, ich hoffe, ihr seid ein bisschen übel. Ich habe das gemacht, ähm, weil, damit ich besser trainieren konnte und ein bisschen vorankommen. Und deswegen sind wir jetzt hier und ab hier geht es jetzt nochmal weiter. Oder normal weiter. Ich hoffe, das ist eine der Katastrophenfolgen. Ich musste generell zweimal schneiden. Ich bin dann runtergefallen, dann hat sich das, äh, aufgehangen. Also war echt mies. Und, ja, ähm, theoretisch darf ich jetzt hier nicht runterfallen, sondern wir gehen jetzt einfach weiter. Ja, ignorieren wir einfach mal die kleinen Schattenlusche. Äh, da wären wir. So, nun nochmal zu einer Erklärung. Wir befinden uns hier gerade in, so gesehen, äh, dem Schloss Radiant Garden. Ähm, das ist die Burg, die früher Anzen im Weißen gehörte, von dem wir die ganze Zeit Berichte sammeln. Und auch Kairi kommt hierher. Und wir haben ja schon, ihr habt es von mir erfahren, ihr werdet es auch gleich nochmal von Rico erfahren. Sondern wir haben Kairis Herz in uns verstaut. Ne, und deswegen haben wir auch teilweise Erinnerungen von Kairi mit. Also erinnern wir uns auch an Radiant Garden, wo sie herkommt. Und, ja, wir sind hier im Thronsaal, wo die, naja, sechs, sieben Prinzessinnen der Herzen aufgereiht sind. Wir ertragen ja eins der Herzen von dem. Hier haben wir Schneewittchen. Schneewittchen lernen wir quasi in Burst by Sleep kennen. Ich muss es nochmal andersrum anfangen. Wie gesagt, Burst by Sleep, nächster Teil. Hier haben wir Alice. Alice haben wir in dem Spiel hier kennengelernt. Das ist Belle. Wäre ebenfalls in Burst by Sleep. Der Vorteil. Dann haben wir Jasmine. Haben wir kennengelernt. Das hier ist, glaube ich... Das Aschenputtel? Oder... Ja, ich glaube, das ist Aschenputtel. Und das ist Thornröschen. Ebenfalls nicht in diesem Teil, sondern alles Burst by Sleep. Müssen wir noch nachholen, machen wir in der nächsten Folge. Nun aber auf, auf. Weiter in der Story. Kairi! 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 Open your eyes! It's no use. That girl has lost her heart. She cannot wake up. What? You! You're not Riku! The keyhole cannot be completed. So long as the last princess of heart still sleeps. The princess? Kairi's a princess? Yes. And without her power, the keyhole will remain incomplete. It is time she awakened. Whoever you are, let Riku go. Give him back his heart. But first, you must give the princess back her heart. What's... Don't you see yet? The princess's heart is responding. It has been there all along. Kairi's heart rests within you. Kairi... Kairi's inside me? I know all that there is to know. Tell me... Who are you? It is I... Ansem. The seeker of darkness. So, I shall release you now, princess. Complete the keyhole with your power. Open the door. Lead me into everlasting darkness. Und so startet der Kampf gegen... Riku. Beziehungsweise gegen den... Herzlosen Ansem. Ups. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich hätte mich vorher heilen sollen. Verdammt, 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 verdammt. Die muss ich einfach weghüpfen. Ah, verdammt, wir hüpfen natürlich voll rein. Der Kampf mag leicht aussehen. Er wird, glaube ich, aber noch schwieriger. Es sei denn, ich habe jetzt so viel trainiert, dass wir das auch ohne Probleme schaffen. Verdammt. Verdammt. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Wo ist er? Oh. Wir haben es fast, wir haben es fast. Okay. Oh, wir haben Ragnarok gelernt. Das ist sehr gut. Riku. Riku. Sorry, sorry, work. Oh, the keyhole. It won't work. Aber wie ist er? Aber wie ist er? Wie ist er? Eine Kabel, die unlocksrücken die Leute. Ich wundere. Ich wundere. Sora? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also, du hast endlich aufgewacht, Prinzessin. Der Kabel ist jetzt fertig. Du hast dein Ziel geschehen. Aber jetzt ist es vorbei. Du denkst, dass wir ihn alle von uns selbst stoppen können? Ich weiß nicht. Es ist unmöglich. Nein, du wirst mich nicht dafür nutzen. Riku! Du musst gehen! Die Harless kommen! Was ist das Kabel? Let's just get out of here! Und nun müssen wir ein wenig Erklärungszeit anbringen. Es ist ja so in Kingdom Hearts. Immer wenn einer stirbt, könnte man sagen. Oder generell in die Dunkelheit fällt. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Dann bleiben zwei Ichs zurück. Einmal die Dunkelheit. Das ist unser Herzloser. Wir sind gerade ein Herzloser von Sora. Und nebenbei entsteht auch noch ein Niemand. Das wird aber in einem anderen Teil erklärt. Hier geht es gar nicht um Niemande bis jetzt. Fast nicht. Denn Ansem, den wir gerade gesehen haben, ist der Niemand von... Ja... Ähm... Xehanort. Und das werden wir leider auch ganz, 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 ganz spät in dem nächsten Teil so geschehen und in dem übernächsten Teil verstehen. Also lasst uns nicht mit Niemandem beschäftigen. Wir werden in einem anderen Teil noch mal genauer auf Ansem und Xehanort Xehanort ist noch gar kein Begriff für euch hier zurückkommen. Jedenfalls will ich euch wissen lassen, dass dieser Ansem, den ihr gerade gesehen habt, nicht Ansem der Weise ist, sondern ein Überbleibsel von Xehanort, der sein Gedächtnis verloren hat. Und das Einzige, woran er sich erinnern kann, das an den Namen Ansem. Und deswegen hat er sich Ansem genannt. Oder er denkt, er ist Ansem. Somit sind wir jetzt erst einmal der Herzlose von Sora. Und wir, naja, machen erstmal das, was wir tun sollen. Wir folgen dem Herzen von Kairi. Beziehungsweise, ich glaube, es ist nicht mal jetzt so gedacht, dass wir die angreifen müssen. Wir sollen einfach nur hinterher, glaube ich. Lalalala, wir sind ein Schattenlursch. Wir können nicht mal speichern. Kann ich angreifen? Ich kann hüpfen. Ich kann hüpfen. Ich bin ein Schattenlursch. Kann ich am Boden lang? Das wäre ja nice. Nein. Wir können uns nicht platt machen und am Boden lang rennen. Schade. Liftschacht. Ich frage mich gerade nur, wohin soll ich gehen? Ist das der richtige Weg? Hm. Ich glaube, wir müssen einfach wirklich hier runter. Lalalala, ich bin Sora der Herzlose. Ach, scheinbar, dass ich hier oben einfach runterspringen können. Plopp. Äh, Moment. Können wir... Wir können... Wir können nicht... Hoffentlich baue ich jetzt gerade kein Mist. Hoffentlich komme ich hier auch jemals wieder hoch. Oh-oh. Leute, ich glaube, ich habe Mist gebaut. Wir werden nicht mehr hochkommen. Oder ich muss ganz runter. Es gibt ja nicht mehr viele Optionen. Ich kann hier nicht mehr hoch. Auch da können wir nicht rein. Ja, jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Einfach immer weiter runter. Oder können wir... Ne, wir können auch da nicht rein. Tja... Ups. Oh mein Gott, wo bin ich? Was habe ich getan? Oh nein. Ah, okay, ja. Doch. Vielleicht, wenn ich da lang gehe. Oder hier rein. Mal gucken, ist hier nicht irgendwie... Wenn wir da lang gehen, kommen wir jetzt nicht in diesen komischen, lustigen, großen Raum rein? Wandelhalle. Kyrie, schnell! Ich kann die beiden nicht zurücklassen. Wir können hier nicht bleiben. Ein Herzloser verfolgt uns. Aber, aber ich bin's doch nur, der herzlose Sora. Ich kümmere mich um ihn. Ah, ich renne lieber weg. Donald ist wütend. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin's. Freunde. Erkennt ihr mich denn nicht? Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ist das du? Oh-oh. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Sora! Kyrie! Kyrie, danke dir. Sora! 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 Geh, jetzt! Komm mit uns! Ich sagte euch vorhin, ich bin nicht ohne Belle. Jetzt, geh! Oh! The Heartless are coming. Alright. Let's get out of here. Tell me what happened. So the darkness is flowing out of that keyhole. No wonder there are more and more heartless everywhere. The only way to stop them is... Seal the keyhole, right? Maybe. But no one knows what will happen once it's sealed. Well, we can't just stay here. We have to do something. I've got a friend back there. That's right. You have one more friend to worry about. Riku's keyblade must have been born of the captive princess's hearts. Just like that keyhole you saw. Of course, without Kyrie's heart, it remained incomplete. Once that keyblade was destroyed, the princess's hearts should have been freed. Don't worry, Sora. If anyone can save your friend, you can. Okay. So, wir haben's geschafft. Wir haben's aus Hollebestchen raus geschafft. Mal kurz mit Kyrie reden. Mal sagen... Äh, wie es Riku wohl geht? Hm, das werden wir schon rausfinden. Kein Plan wieso, aber die Herzlosen werden stärker. Überall tauchen neue Arten von Herzlosen auf. Falls uns irgendetwas zustößt, können wir uns auf dich verlassen, Sora. Sehr gut, ja, ja, ich mach das schon. Ich dachte, das neue Schlüsselloch würde die Dunkelheit verstärken. Ich meine, die Dunkelheit ist so stark, aber dennoch. Es ist so, als würde jemand die Dunkelheit zurückhalten. Hm... Eigentlich müssen alle Prinzessinnen frei sein. Aber Jasmine ist nicht nach Akrabat zurückgekehrt. Ich vermute, die anderen sind auch noch im Schloss. Verdammt. Bedeutet, wir müssen zurück... Ich werd mal kurz hier rausgehen und gucken, ob jetzt noch irgendein Video triggert oder sowas in der Art. Ich glaube aber aktuell nicht so, wie es ausschaut. Wir werden zurück ins Schloss müssen. Ich geh mal nach Travers Nord kurz. Keine Gegner. Oder ist hier wieder... Ah... Das ist einer der besonderen. Ich glaub, das hab ich... Ihr habt ja schon mal gesehen, die greifen uns permanent an, wenn wir die nicht besiegen, ohne dass sie uns sehen. Ähm... Also die hat uns jetzt nicht gesehen. Ich geh mal schnell weg hier. Weil nachdem wir die besiegt haben, kommen zwei. Und wenn wir die nicht besiegen... Ohne... Also... Ohne dass wir gesehen werden... So, die hat uns zwar gesehen, aber wir haben's noch geschafft. Jetzt kommen drei. Wenn wir die besiegen, kriegen wir ein seltenes Item. Scheiße. Es hat noch gereicht. Wir haben's geschafft. Aber es hat nicht getroppt, oder? Schade. Nein. Na, okay. Seht... Jetzt haben wir's nicht geschafft. Das ist das, was passiert, wenn wir's nicht schaffen. Dann kommen ganz viele und dann können wir's eh knicken. Von denen kriegen wir keine EP. Wir kriegen von denen keine Items. Also können wir auch abhauen. So. Schnell weg hier. Schnell, 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 schnell weg hier. Ja. 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 Ich will jetzt nicht drauf gehen. Das wäre echt schlecht. So, liebe Leute. Ich weiß, es war jetzt eine lange Folge. Wir haben viel, viel rumgecuttet. Aber ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle jetzt einmal Schluss für heute. Denn wir haben ein bisschen was an den Video-Informationen gesehen. Und jetzt sammle ich mich neu. Werde hier vielleicht nochmal ein wenig trainieren gehen. Aber danke fürs Einschalten. Und wir retten die Welt beim nächsten Mal. Also Kingdom Hearts. Bis dann. Ciao, Leute. Ciao, Leute.